Schaut euch diesen Fan des FC Köln an. Gerade angekündigt. Es sind dringende Neuigkeiten eingetroffen. Big Player fällt mehrere Wochen aus. In Anführungszeichen, Baumgart, das sind sehr bittere Momente für uns. Wenn Sie keine Köln-News aus erster Hand verpassen möchten, nutzen Sie die Gelegenheit und abonnieren Sie den Kanal, denn hier bleiben Sie immer auf dem Laufenden, was heute beim FC Köln passiert. Kölner toller Spieler, gerade erst hatte sich von einer Muskelverletzung erholt und jetzt fällt er schon wieder aus. Rund vier Wochen wird er dem FC fehlen wieder ist es der Muskel. Immer wieder. Letzten Sommer fehlte er knapp drei Monate mit einer Bänderverletzung. Im Herbst legte ihn eine Viruserkrankung vier Wochen lahm. Anfang des Jahres dann über drei Wochen Pause aufgrund einer Muskelverletzung. Und jetzt schon wieder das Aus. Wenn Sie die neuesten Nachrichten vom FC Köln aus erster Hand erhalten möchten, hinterlassen Sie ein Like auf diesem Video, damit YouTube Ihnen immer solche Nachrichten sendet. Der fragliche Spieler ist Jan Thielmann, was war passiert? Thielmann wurde beim 0 zu 3 in Stuttgart in der 63. Minute eingewechselt. 16 Minuten später stapfte er frustriert in die Kabine. Zuvor hatte er sich ohne Fremdeinwirkung bei einem Sprint am hinteren Oberschenkel verletzt. Weil Köln schon fünfmal gewechselt hatte, musste der FC das Spiel dann auch noch mit einem Mann weniger zu Ende bringen. Glauben Sie also, dass die Kölner Fans ihrer Meinung nach Thielmann vermissen werden oder nicht? Schreib deine Meinung in die Kommentare, sie ist sehr wichtig für den FC Köln. Ich informiere Sie jederzeit über Neuigkeiten aus Köln.